Warum soll ich wählen? Das Land Niedersachsen gibt weniger als ein Prozent der Steuereinnahmen für die Sanierung der Infrastruktur aus. Aber du kannst das ändern. Geh wählen. Aber du kannst doch die Politik beeinflussen. Ich kann die Politik beeinflussen? Der Einzige, die die Politik beeinflussen sind die Bonzen und die Krawallmacher auf den Straßen, aber nicht wir. Ich setze meine politische Meinung durch, denn ich gehe wählen. Ich habe Einfluss auf die Politik, denn ich gehe wählen. Ich beeinflusse die Politik, denn ich gehe wählen. Ihr habt es gerade gesehen. Jeder kann die Politik beeinflussen. Durch seine Stimme bei der Wahl. Auch du kannst das machen. Geh wählen. Mach aber nicht einfach stumpf dein Kreuz. Mach dich vorher schlau, informiere dich und geh dann zur Wahl.